Ja, Maulwurf. Guten Abend. Hallo. Ja, hallo. Hallo, schönen guten Tag, Herr Anna. Schwarz, mein Name, von der Verikon. Den hier an Rakesh Solindar hätte ich gerne gesprochen. Ja, warten Sie mal einen Moment bitte. Rakesh, kommst du mal bitte? Einen Moment, ich reich Sie mal weiter. Okay. Ja, Solindar. Hallo. Hallo, schönen guten Tag, Herr Solindar. Anna, Schwarz, mein Name, von der Verikon. Ja. Also, es geht ganz kurz um die 250 bis 500 Euro Bonus von der Krankenkasse für Sie und Sie nicht. Ja. Dazu hatten Sie sich online informiert und wollten unverbindlich weitere Informationen haben. Haben Sie denn von Ihrer Krankenkasse schon mal Bonusauszahlungen bekommen? Wie bitte? Können Sie mich gut verstehen, Herr Solindar? Ja, da war gerade ein Knack bei Leitung. Können Sie bitte nochmal sagen? Es geht um die Bonusauszahlung der Krankenkasse. Ja, ja. Okay, dazu hatten Sie sich online informiert und wollten unverbindlich weitere Informationen haben. Ja, ja, richtig, richtig. Okay. Haben Sie denn bereits von Ihrer Krankenkasse schon mal Bonusauszahlungen bekommen? Und was bedeutet das bitte? Ich kann nicht so gut Deutsch sprechen. Achso, nee, kein Problem, Herr Solindar. Dann versende ich Ihnen das Ganze per Mail zu. Nee, nee, wir können reden. Sie nur bitte einmal erklärt machen, was, äh, denn, äh, was habe ich bitte bekommen? Es geht um eine Beratung, wie Sie jedes Jahr auf neues Geld von der Krankenkasse bekommen. Aber wenn Sie auch nicht so gut Deutsch verstehen können, dann sende ich Ihnen Informationen per Mail zu. Nee, gar keine Probleme. Wir können reden. Ich kann nur manche Wörter kann ich nicht, äh, bei erstem Mal gleich verstehen, weil ich habe in einer anderen Muttersprache. Aber wir können reden, überhaupt keine Probleme. Und bei welcher Krankenkasse, Herr Solindar, sind Sie, wenn Sie sich versichert? Ja, wir sind bei AOK. Okay, alleine sind Sie versichert, oder? Nee, mit meiner Familie. Okay, also, Herr Solindar, es geht hier grundsätzlich, also meine Beratung für einen Krankenkassenwechsel. Ja. Also, können Sie sich einen Krankenkassenwechsel vorstellen, wenn dieser für Sie nur Vorteile bringt, unter anderem bessere Zusatzleistungen, also weniger Einzahlung in die Krankenkasse und Bonusauszahlung in jedes Jahr auf neues? Ja, natürlich. Okay. Ja. Und, äh, wie lange sind Sie schon bei der AOK versichert? Na, bitte, können wir mal, äh, äh, wann Sie mich hierher kommen, äh, 98. Seit 98? Ja. Okay, und, äh, also, Herr Solindar, äh, wie erwähnt, also, ich habe hier Ihre E-Mail-Adresse stehen, raktisch.solindar.gmail.com, richtig? Ja, richtig. Okay, dann versende ich Ihnen Informationen, also, bezüglich dieses Thema, also, Krankenkassenwechsel, dass ich das Ganze noch einmal durchlese. Und wann hätten Sie dann Zeit, dass ich mich noch einmal bei Ihnen melde, also, dass wir das noch einmal besprechen, nachdem Sie sich das Ganze durchgelesen haben? Ja, also, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir das, äh, erzählen können, weil dann kann ich auch gleich ein bisschen Deutsch üben. Na, wie bitte? Ich sage, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir erzählen können, statt ein E-Mail zu schicken. Okay, Herr Solindar, also, wir von der Firma Vericon, also, wir vergleichen circa 130 Krankenkassen bundesweit. 130? Und natürlich auch, äh, die beste Krankenkasse mit den besten, also, äh, halt eben Preis-Leistungs-Verhältnissen anbieten zu können. In, ja? Wir sind von TÜV zertifiziert, werden von Verbraucherschutz empfohlen, sodass Sie auch die Sicherheit haben, durch uns objektiv informiert zu werden. Oh mein Gott, das ist ja wunderbar, wunderbar, sehr gut. Also, welche Punkte sind Ihnen persönlich bei der Krankenkasse besonders wichtig? Äh, ja, ich will, äh, meine Akupunktur haben, aber Krankenkasse nicht geben, muss man immer selber Bezahlung machen. Mhm. Ja. Okay. Sehr schade, und, ja, weil, äh, mit Zahn, immer, Zahnarzt, sehr teuer, und da wäre gut, wenn man, kann man, äh, eine gute Versicherung haben, die einer Bezahlung helfen. Mhm. Ja. Okay. Das sind die wichtigen Sachen für mir. Punkte, okay. Und, äh, wie wichtig ist es Ihnen, also eine Krankenkasse zu haben, welche Sie in Bereichen, also von Zusatzversicherungen, wie zum Beispiel Zahn- oder Pflege, unterstützt? Äh, ja, sehr wichtig, wie ich ja gerade gesagt habe, fände ich das sehr gut. Okay, also Bereich Zähne. In Bereich Zähne, ja, und Akupunktur machen, und Massage. Okay, also Alternativmedizin. Ja, das ist sehr wichtig, weil wir haben hier ein, äh, ein, äh, chinesischer Massageparler, und da muss man immer so, äh, weil ich habe immer, äh, bei, nach Arbeit mit Ziegen, immer, weil wir haben Ziegenfarm, ja, Ziegenfarm, Gotfarm, mir dann immer mein Nudeln so wehtun, und dann immer hingehen für Massage machen, äh, mit Happy Ending, und immer sehr viel bezahlen. Und vielleicht, äh, bei guter Krankenkasse, denen helfen. Mhm, okay. Und ein wichtiger Punkt heutzutage bei den gesetzlichen Krankenkassen sind ja auch die Präventionskurse, beziehungsweise Gesundheitskurse. Ja. Wie können Sie sich fühlen, also wenn Sie auch diese machen, und dass die auch dann von der Krankenkasse bezahlt werden? Äh, was ist das bitte für ein Kurse? Was muss man da machen? Ähm, zum Beispiel, also Kurse im Bereich von Sport, Ernährung, Stress, Bewältigung, Yoga, etwas in dieser Richtung. Oh, Yoga ist sehr gut. Sehr gut. Mhm. Okay. Wie oft muss man das machen? Also hängt davon ab, wie oft die Krankenkasse, also halt eben auch diese bezahlt. Ja. Und, äh, gibt es da noch irgendwelche Punkte, welche Ihnen also persönlich wichtig sind, was ich zum Beispiel also nicht angesprochen habe? Äh, und Patakala Donut mit Akupunktur. Kann man das machen? Also Alternativmedizin hier, so in der Jahr. Heißt das Akupunktur? Genau. Ja, okay. Okay. Äh, gibt es da noch irgendwelche Punkte, also bei der jetzigen Krankenkasse, womit Sie nicht zufrieden sind, etwas, was Sie stört, was Sie gerne ändern möchten? Äh, ja, da ist bei, äh, weil die haben ein Büro, ja, wo kann man hingehen? Und da ist der, äh, der Manager, der ist sehr unfreundlich immer. Okay. Ja, also gerne. Sehr gerne, freundliches Servicepersonal, mit denen wir auch gut reden. Mhm, okay. Also sind Sie grundsätzlich mit der jetzigen Krankenkasse verheiratet, an diese gebunden oder sind Sie für Verbesserungen offen, wenn diese auch dann natürlich für Sie greifbar sind? Und was ist bitte mit Verheiratung? Ich habe gefragt, Herr Solinda, also können Sie sich an Wechsel der Krankenkasse vorstellen, wenn dieser für Sie nur Vorteile bringt. Unter anderem weniger Einzahlung in die Krankenkasse, bessere Zusatzleistungen und extra Geld jedes Jahr auf Neues von der Krankenkasse. Äh, ja, und, äh, ja, 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 bitte? Ja, sagen Sie? Ja, 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 ja. Okay, Sie wollten was sagen, ich habe Sie unterbrochen. Wie bitte? Also tut mir leid, ihr solltet ja die Verbindung, die sowas von schlecht, ich kann sie auch wirklich nicht so gut verstehen. Warten Sie mal kurz, dann einmal Leitung umschalten. Ist jetzt besser geworden? Ja, jetzt kann ich sie besser verstehen. Ah, sehr gut. Ich glaube, ja gesagt zu Ihren Fragen. Okay, weil während Sie auch gesprochen haben, also welche Punkte also Ihnen persönlich bei der Krankenhaus so wichtig sind, was Sie auch da gerne ändern möchten, so habe ich mir auch Ihre Vorgaben notiert. Die Vorgaben also in das System eingetragen. Das System hat sich durch 130 Krankenkassen bundesweit also gerechnet und wenn wir Ihre Vorgaben für Sie berücksichtigen, dann würde ich Ihnen gerne also den Tessiger von Stiftung Warentest und Focus Money empfehlen. Dies wäre die größte Betriebskrankenkasse bundesweit und zwar die BKK Mobilo. Diese Krankenkasse gehört ja mittlerweile zu den besten Krankenkassen, also bundesweit, was auch der Typ schon das achte Mal bestätigt hat. Kennen Sie vielleicht, also Herr Solinder, die BKK Mobilo? Nein, habe ich noch nicht gehört, aber weil Sie haben ja, was ich gesagt habe, bei Computer reinschreiben und die machen Massage-Happy-Ending-Bezahlung? Genau, Herr Solinder, aus diesem Grund, wie erwähnt, also versende ich Ihnen das Ganze per Mail zu, dass Sie das Ganze durchlesen, dass Sie auch alleine schauen, wo die Vorteile liegen, was es die BKK Mobilo angeht. Und ich melde mich dann mal nächsten Montag wieder bei Ihnen, dass wir dann auch das Ganze schriftlich zusenden. Also ich habe das alles schon sehr gut verstanden, weil Sie haben sehr gute Erklärungen gemacht und Sie brauchen immer kein E-Mail schicken. Ich habe es sehr gut verstanden und wenn die Massage mit Happy-Ending bezahlen, weil sonst ihr E-Mail machen, muss dann sagen, bei den Madame für Massagen, wenn den fertig, musst du sagen, ja, Saki-Saki, 5 Dollar für 20, 30 Euro machen und immer so teuer. Okay, wie erwähnt, Herr Solinder, dann melde ich mich einfach am Montag noch einmal bei Ihnen und dann senden wir Ihnen das Ganze noch einmal schriftlich zu. Ja, kann ich bitte mal noch fragen, wie lange ist der Text, den müssen Sie immer vorlesen, bei Leuten anrufen? Nicht so lange, also Herr Solinder. Ja, weil, darf ich Ihnen einen Tipp geben? Natürlich. Ja, weil, von erster Wort, was Sie sagen, man kann sehr stark hören, dass Sie Vorlesungen machen und immer genau die gleichen Worte sagen, das müssen Sie ein bisschen anders machen, weil man sehr leicht erkennt, dass Sie nur vom Computer lesen. Okay, super, dann werde ich das auch bemerken. Ja, wie lange machen Sie den Job schon da bei den Call-Centern? Oh, schon lange Zeit, Herr Solinder. Ja, und dann haben Sie keinen Teamleiter, der sagt, du musst flüssiger sprechen? Ja, aber das haben Sie mir jetzt gesagt, Herr Solinder, also dann werde ich es auch weiterleiten. Ja, kann ich bitte mal Teamleiter sprechen? Management? Also, Herr Solinder, ich wünsche Ihnen auch ein schöner Amt auf Ihre. Ja, scheiß Call-Center. Na, da war der Jäcker.